so und da bin ich wieder zurück es ist um einiges später als vorher weil das alles mit dem hochladen nicht so geklappt hat und der liegt immer noch da ist ja unfassbar ja was machen wir erst mal next wir müssen den boden fertig kriegen ich mache jetzt extra seitlich zum werk in der hoffnung dass sie ein bisschen runterrollen ihr seid frei Hey! Baumstämme! Rollt! Ja, schön, wie wir auch die ganzen Büsche umhauen. Jetzt! Aber! Jawollah! Rollt! 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 Schön! Schönes Genick! So! Oh! Ich bin jetzt! Und hier ist das cool! Wir sind zwar übermächtig stark, aber... Ich glaube, so leichten Baum zerkloppen... ...glaub ich nicht so dran. So, okay. Machen wir mal weiter. So, hoffentlich reicht es jetzt, um den Boden fertig zu kriegen. Da, 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 da! Ach, schön! Schönes Wetter! Schöne Aussicht! Einfach schön! Mach den Boden fertig, eine Wand, wo dann ein Vogelhäuschen rankommt. Und dann machen wir mal eine Reise. Wir brauchen erstens Abwechslung und zweitens nachgewachsene Bäume. Kann mir das einer erklären? Hieß es nicht? Ich glaube, so viel ich weiß, wenn er einmal tot ist, ist er tot. Aber ich habe doch nichts gemacht! Mann, Kevin! Eigentlich bist du eher ein Kevin. Was bringt mir das jetzt, wenn du hier liegst? Bleibst du jetzt hier liegen? Du musst jetzt ein Leben lang deine Leiche begutachten? Nein. Da ist er einfach tot! Was ist denn das für eine Aufnahme? Du kannst doch nicht schon tot sein. Krieg auch nichts aus dir raus. Scheiße! Also so sollte es Sons of the Forest eigentlich nicht laufen. Ich habe mich schon an seine Stock-Sammelkünste gewöhnt. Ich frage mich gerade, ob man noch jemand anderes kriegt, der einen beim Sammeln und so hilft. Ansonsten habe ich jetzt wirklich schon am Anfang des Spiels eigentlich die Arschkarte gezogen. Passiert, ne? Passiert. Naja. Alleine arbeite ich sowieso noch viel besser. So. Nicht mehr lang. Dann ist der Boden fertig. Nein. Mh. 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 Mitte ist natürlich jetzt nicht so schlau gewesen, aber egal. mal. So. Wir haben ja auch noch ganz viel. Mann, wir haben ja ordentlich gehackt. Hier kommt nachher unser Vogelhäuschen hin. Schön bei den Lagern, weil das ist ja so gesehen auch ein Lager. Hier kommt dann ein Eingang hin. Genau. Hier haben wir ja auch unsere Treppe. Also ist hier auch ein Eingang. Und weil es so schön ist, machen wir noch einen Eingang. Hier hin. Genau. Das wird cool. So. Dann machen wir den Boden jetzt fertig. Wir haben ja auch vier Runden oder so. Hä? so hier ist noch einer ein bisschen nach vorne werfen so dann ist der boden fertig so sorry und damit haben wir den boden endlich erledigt so schön schöner boden jetzt die wand wo das vogelhäuschen rankommt anbrochen viele stämme naja aber wenn es alles fertig ist dann das ist schickimicki ein stämmchen mal weiter wollte ich euch haben so dann seid ihr wenigstens da unten so und dann wann fertig dann machen wir noch die tür glaube ich wird man ja wahrscheinlich weg auch so machen geht weg geht bitte weg hört ihr auf was habt ihr getan guckt euch das an das sind drei baumstämme nicht schön und warum sind hier jetzt so wenig baumstämme jetzt verschwinden denn die auch noch mit der zeit du greifst mich nicht an oder wer du machst deinen boden kaputt okay das wird jetzt langsam eklig ach der hat sein kumpel also den anderen fressen so lassen wir mal kurz speichern man breakdance was war das gerade so ach was denn das hä wie habe ich das gemacht ach gedrückt halten oh wie geil oh wie geil sind immer noch nicht fertig jetzt haben die da hinten auch ein stocklager kaputt gemacht eigentlich fast ist nicht wir haben zwar jetzt mega viele knochen langsam aber wir brauchen ein seil um seil und kleber so eine tür wollten wir machen ok das ist wirklich cool weg mit dir 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 so dann brauchen wir sicherlich ich machs jetzt mal so wie viele können wir davon tragen alle 4 oh schön ist ja cool hih okay Ah, okay. Gut. Schön. 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 Kann ich hiermit irgendwas anfangen? Nee. Kann sie auch nicht. Nee. Schade. Trautesheim wird langsam. Jetzt will ich erstmal Vogelhäuschen machen. Modus wechseln. Vogelhaus. Was? Soll ich schon irgendwie gerade sein? Da hin. Und dann machen wir auf beiden Seiten. Das siehst du nicht. Da hin. Okay. Okay. Lassen wir so. Dann brauchen wir natürlich ganz viele Stücke. Ja. Reicht noch nicht mal. Einer fehlt uns noch. Zwei. Okay. Irgendwas muss man gegen die Einwohner. Also ich glaube man braucht hier in dem Spiel wirklich... Pfeilen. Ich war im ersten Spiel kein Fan von Pfeilen. Also irgendwie haben die mir nicht gefallen. Aber vielleicht haben sie hier irgendwas verbessert. Jetzt ruhig. So. Reicht das mal, ne? Ich kann nicht mehr Stöcke tragen. Schade. Aber auch. Schön. Aber beide erledigt. Schön. 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 Kann ich die hier irgendwie packen? Nee. Schade. Schade. Okay. Aber... Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Sieht jetzt komisch aus, weil da keine Wände sind, aber... Theoretisch können wir dann auch irgendwo dort Fenster noch mit reinmachen. Gut. Ja, Calvin. Ich krieg Hunger. Mach doch mal hinne. Hm. Ach. Jetzt fällt mir ein, dass ich mit euch eventuell... Hier war doch noch einer, oder? Da. Machen kann. Jawollah. Die kleinen weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem... machen soll. Kann man eventuell... Dafür brauchen wir wieder große Stämme. Kurz mal. Ja. Gut. Wie die Rinde dann noch abfällt. Sechs Stämme aus einem Baum? Echt? Ist ja krass. So. Du sagst mir jetzt hier. Kann ich aber auch irgendwie in der Mitte machen? Hier machen wir zuerst einen von denen. So. Wenn ich jetzt die Stämme versuche... Nee. Also bringt es mir auch nichts. Die kleinen kann man dann auch nicht für eine Treppe verwenden. Leider. Nee. Wie kann man denn die kleinen sonst noch verwenden? Also ja, hier. Das war eine gute Idee. Aber ansonsten... Keine Ahnung. Oh, schwindet. Hallo. Danke. So. Ja. 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 Mann, das nervt mich jetzt. Kelvin! Komm wieder von den Toten zurück. Okay, noch einen. Der andere ist dann da drüben. So. Und noch die restlichen zwei Baumstämme. Und dann überlege ich mir jetzt wirklich mal ein bisschen mich umzuschauen. Ich weiß ja nicht, ob man... Waren denn nicht zwei Baumstämme? Braucht zwei. Mist. So. Achso. Ich wollte noch Tierfallen auf sein. Wichtig. Wirklich wichtig. Damit werden wir mal länger weg sind. Auch hier immer wieder neues Fleisch trotzdem dazu kommt. So. 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 Guck mal. Hopefully bin ich schon wieder hungrig. So. Schönes Ding. Auf fft. Wie lange braucht ihr denn, ey! Ist dochเค... muss erst mal reichen würde ich sagen da jetzt warten wir kurz bis fertig ist packeln dann auch noch interessant pflanzgefäße pflanzgefäße passen doch hier wir haben ja die klinger pflanzen samen dann wollten wir Käfige auf jeden fall machen auf der freien fläche genau hier hinterm stein dann eine fischreuse wie geht es muss man doch eigentlich oder geht es in dem see nicht wofür ist eine fischreuse ist doch für fisch oder nein ich hätte gern irgendwie fallen die nicht so teuer sind weil eigentlich ist es ehrlich gesagt sehr teuer ein beobachtungsturm wäre auch so cool aber erst später anbau wenn die bäume verkriechen traue ich mich gar nicht so schnell wie sie meine gebäude zerstören werden sie bestimmt auch die bäume zerstören so wand fackeln woher kriege ich einen stoff stoff habe ich noch gar nicht oder deckenstädellampe ist interessant dafür brauchen wir aber eine decke haben wir jetzt nur eine wand fackeln wir hatten doch noch was anderes oder so eine stehleuchte strandfeuer strandfeuer stock stoff dingens schädellampe stock stoff und ein schädel und dann könnte es wahrscheinlich sogar sein dass die anbleibt oder stock stock stoff schädel oder stoff haben wir stoff wir haben stoff zwei stoff schön wir haben aber gerade keinen stock gott es hapert an stock schön ist die zehn federn und sollten wir ja sogar ein paar feine machen können so ich brauche stöcker ich habe gerade geschaut ob hier irgendwo die stöcker sind aber sieht man da ja leider nicht so sollte aber schon reichen ich will ja bloß kurz gucken ob man die schädellampe ob die wirklich stehen müssen oder ob man die auch an die wand machen geht aber wie der abgeht und welchen packen eigentlich kannst du nur da hoch so und jetzt kann ich rucksack stock stock ah jetzt ist die Axtein ok ok aber dich entfernen wir und dich nehmen wir schade kann es wirklich nur auf den boden packen kann es natürlich auf die treppe machen aber das ist auch nicht so meins naja komm machen wir es ungefähr hier hin und hier hin sollte passen oder ungefähr so dann brauchen wir ein stoff darum 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 dann brauchen wir ein das ist wo sind die schädel da schädel dahin auch ich möchte sogar schon ohne dass ich vorher benutzen musste so die frage wie hell ist das jetzt in der nacht auch aussehen kann ich die es ist je nachdem wie es drauf packen in die richtung wo er schaut ja war sagt mir nicht dass das 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 stoff weg ist man man also wir müssen auf jeden fall auf touren gehen oh oh scheiße wir haben das vielleicht vergessen das 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 ich auch so eklig das zu das ich habe mich gar nicht mehr gut an wir gehen noch mal schlafen jetzt dann ist ja gleich wieder verkohlt aber wir können es doch glaube ich auch nur aufnehmen oder wir müssen es ja nicht ich glaube wir müssen es nicht gleich essen dann ist es morgen nach dem schlafen das eine ist fertig, das andere hoch schlafen essen 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 trinken trinken so dann gucken wir mal dass wir steinfeld stein was ist das blatt naja feder steinfederstock viele steine vier steine ach kleine steine nein nein alles klar ja und wie viele sind es null vier ui was ist das draht vier stück dafür brauche ich aber immer immer kleine steine immer kleine steine woher kriege ich kleine steine und kannst du zauern ist natürlich ein bisschen suboptimal mal könntet ihr jetzt mal ihr seid fertig vier vier nehmen wir mit schließen so dann wir haben ja alle drin aber außer das wichtige das wichtige wenn ich finde wenn ich finde ach so oh schön und hier ist wo ist jetzt der wogen hatte ich keinen gemacht dachte ich hätte einen gemacht da ich brauche ich wieder holz auch mann und wo kriege ich die kleinen steine her großer großer was ist da hey wo kommt ihr denn her eigentlich will ich los aber irgendwie traue ich mich nicht ähm aber wir gehen jetzt einfach mal warum wird der mir da immer noch angezeigt auf dem minimap er ist tot kann ich nicht stein collect wie konnte ich jetzt achso indem ich es in die hand nehme oh ist der doch nicht giftig dachte so ok hier 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 ich muss äh noch ein bisschen was fertigstellen brauche Stöcke hier ist einfach mal kurz gar nichts so ich will es nämlich mal ausprobieren hier wie es ist jetzt 18 stück zum plan machen jetzt packen wir heidelberg da passt auch nur 1 auf okay aber ist schon mal haben wir schon mal etwas gepflanzt und jetzt würde ich gerne die falle dahinten noch fertig machen die hat aber auch keine 20 das ding kommt nur ein aus den roten kommen kann man so wenigstens unterscheiden so wenn wir wieder voll mit stecken haben wir wieder ein paar federn mit weil wir irgendwann mal herausfinden wie man die kleinen steine besorgt so jetzt wo lang gehen wir da war die höhle höhlen eingangs aber in der höhle will ich jetzt noch nicht es wäre irgendwie selbstmörderisch laufen zu dem auswirklichen wir laufen zu dem aus auch den anderen nehmen können aber unterwegs können wir noch pflanzen sammeln ich hoffe ja auch aloe vera es wäre ein großer see der gab viel großer sägen ok hier sind kleine steine batterien aber geht es euch gut knollblätterpitz kleiner stein c4 ladung granate c4 ladung weil da was geht ja ab ok hier liegen überall kleine steine aber wir sind wirklich sehr klein die zu suchen und zu finden ist gar nicht so ansonsten kann man hier nichts machen so traurig gut weiter lachsbären lachsbären ganz viele fehler kommt her kommt her naja vielleicht habe ich auch nicht egal halt diese kleinen steine wie viele kann man eigentlich sammeln da ist noch einer mann lachsbären würde lieber was anderes haben wollen ich schaue jetzt mehr auf den boden weil ich halt die steine sammeln will wir in auf 8 4 5 5 5 5 6 7 8 7 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, geht auch ein bisschen besser Aber erstmal diese kleinen Steine Ich merke aber, die sind immer an so freien Flächen Geh weg Geh weg